Huch, kommt der denn her? Ach, ich hab den gebaut! Ach, geil! Ich kann, klar, ich kann den ja in den Cue nehmen, natürlich. Das ist gar nicht wahr. Ich muss diesen dummen Panzer kaputt kriegen. Ich muss irgendwie diesen dummen Panzer kaputt kriegen. Das ist eine Scheiße. Das ist so ein Drecksding. Ich hasse ihn. Vielleicht hat er so eine ultra krasse Reichweite und der ist gleich tot. Der nimmt die einfach auseinander, die Teile. Scheiße, ey. Fünf Minuten, ich fürchte, ihr habt gleich schon verloren. Weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück. Wir können sie nicht aufholen! Dieser Weg führt uns zum Sieg. Bin bereit. Rückzug, Rückzug! Wir brauchen uns zu lachen! Immer auf Abruf! Befehle verstanden! Alle mal hier hinten hin, bitte. Darin haben wir Erfahrung. Das nennt ihr Wunden! Männer, kämpft weiter! Mir nach! Ach, hier sind wir noch welche. Geil. Wir können nicht gewinnen! Fliegt! Wieso nicht? Die werden für diese Demütigung bezahlen! Problem ist, dass der da immer noch da ist und der immer noch auf dieses Ding schießt. Warte mal, kann ich den nicht reparieren währenddessen? Komm, ich kann den reparieren. Kann ich den reparieren? Der Glaube ist alles verletzt! Ey, das sind so viele Orks! Und noch ein paar Zer mehr. Natürlich. Zeit, unser Soll zu erfüllen! Wir sehen uns beim Ziel wieder! Darin haben wir Erfahrung! So. Einmal dumm nach vorne rennen. Und die ganzen Orks hier rein locken. Einmal die ganzen Orks hier rein locken. Einmal die ganzen Orks froh locken. Mein Gott, sind das viele. Das ist ja nicht normal, wie viele Orks das sind. Bamm. Ähm. Ausbauen sollt ihr. Da kommen immer noch mehr. Das gibt's doch nicht. Wie soll man das denn machen? Ey, sag mal. Du, hau mal ab, hau mal ab, hau mal ab, hau mal ab. Ich brauch die noch. Einfach mit mehr Männern anrücken. Sie dachten, sie hatten schon gewonnen. Boah, das sind viel zu viele. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wie soll man denn hier gewinnen? Uns zu beweisen, Männer. Da kommen schon wieder welche. Das ist nicht zu glauben. Ich kriege zwar gleich in zwei Minuten meine Unterstützung, aber bis dahin bin ich schon längst am Arsch. Mir nach. Steht euch der Macht des Imperators. Verstanden. Ein guter Diener zweifelt nicht. Verstanden. Dieser Weg führt uns zum Sieg. Tornet in den Monden. Ach, scheiße. Das erste Ding ist schon im Eimer und das zweite auch. Die Macht des Imperators wird uns zum Sieg führen. Ich freue mich, euch helfen zu dürfen. Die Macht des Imperators wird uns zum Sieg führen. Ja, das ist alles eine super Idee. 160, ey. Äh, wo ist mein Käpt'n da? Einfach mal reinrennen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Dieser Weg führt uns zum Sieg. Ein guter Diener zweifelt nicht. Scheiß dumme Panzer. Er ist immer noch eine Minute, bis endlich Nachschub kommt. Das ist nicht zu glauben. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Dieses Dumme. Da kommt noch ein Panzer und noch ein Panzer. Die leben jetzt alles auseinander. Die Christe auch verdammt nochmal nicht tot. Weißt du was? Ist mir egal. Ich muss jetzt irgendwie diese Panzer kaputt kriegen. Komm mal, was der wolle. Ja, geil. So komme ich da rein. Och ja, jetzt kommt er noch ins Kvigo Fund. Ja, super. Ja, der ist so gut wie tot. Habe ich irgendwas zum... Nö, ich habe nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich bin zurückgekehrt. An alle Einheiten. Erwartet meine Befehle. Ich kenne keine Angst. Mein Glaube schützt mich. Los, einmal bitte Bomber dem Mordor hinten hin. Und hoffen, dass irgendwas passiert. Sechste Konami noch? Jetzt müsste Verstärkung kommen. Verstärkung? Verstärkung? Oh. Guckt mal, was ich hier alles habe. Bam. Der macht aber böse Auer. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen. Jetzt räumen wir auf. Und den da hinten. Der ist gleich down direkt. Sauber. Komm, komm, komm. Schieß. Bam. Von wegen, Angriff unterbrochen. Bam. Aber wo kommen die denn alle her? Und wie sind die alle schon wieder tot? Komm, ich muss diese Panzer loswerden. Ich muss irgendwie diese Panzer loswerden. Komm schon, komm schon, komm schon. Die anderen Dinger sind fast egal. Jawohl. Jawohl. Und mit Stolz. Männer, kämpft weiter. Feuer frei auf mein Kommando. Wir werden alles nieder machen, was uns in den Weg stellt. Scheitern ist das Schicksal des Preises. Und bam. Komm. Puh. Ja. Wir werden alles nieder machen, was uns in den Weg stellt. Gebrauch. Gebrauch. Alle Sassen des Nehmer bereit zum Feiern. Schuhe getroffen. Feiert, bis sie das Feuer. Oh, als Helm zum Vorricht verziehen können. Ja, komm. Das ist ganz wunderbar. Mein Spiel. Schießt auf den verdammten Squigophanten. Oh, da kommt Schamiller wert. Oh, natürlich mit Panzer. Gebrauch. 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 Alter, was ist das für ein Level. Das gibt's doch nicht. Das ist einfach mal nur so krass hier. Was soll ich denn hier ausrichten? Das ist mir vor allen Dingen ein Rätsel, wie ich das hier schaffen soll. Achso, ich muss ja die Elder beschützen für mich oder ein. Scheiße. Und gleich ab. Gleich bis dahin. Ja, verloren. Scheiße. Ätzend. Nö. Ich musste nochmal neu laden. Boah, ist das ätzend. Das ist so ein ätzendes Level. So, Aufnahme. Machen wir nochmal. Machen wir an der Stelle weiter, wo wir vorhin waren. Ich brauche viel mehr Türme und viel mehr Einheiten. Aber ich weiß nicht, wie ich viel mehr Einheiten kriegen soll. Ehrlich gesagt. Viel, 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 viel mehr brauche ich da noch. So. Es wird erledigt. So, wie ihr es wünscht. Sie kommen nie allein. Das schon mal ausbauen. Wir werden beschossen. Ich werde mich beeilen. Da kommen sie nämlich. Hier sind die nämlich alle. So, jetzt machen wir hier mal so einen Blitz rein. Ähm, nein. Bleibt mal schön vorne, bitte. Ich bitte doch darum. Aber haltet uns, diese A-Fellerie, komm her. Der Glaube ist alles, was zählt. Ich kenne bereits euren Wunsch. Wir kennen eure Anliegen. Ich habe es so etwas noch nicht erlebt. Wir werden gehorchen. Wir werden gehorchen. Alles tot, sauber. Ich muss diesen Panzer kaputt kriegen. Irgendwie diesen Panzer kaputt kriegen. Egal, was ist, der muss weg. Wo ist mein... Ach, der ist schon wieder im Arsch. Scheiße. Wir haben überlebt. Dank dem Imperator. Mein Geist hat sich das alles. Jemand muss mir helfen. Weil Imperator, es wird so geschehen. Das ist meine Pflicht zu dienen. Was sollen wir tun? Ihr habt ihn ja gehört. Lust. Ey, der ist unglaublich. Wir sind bereit, aufzubrechen, Sir. Euer Vertrauen ehrt uns. Darin haben wir Erfahrung. Der ist immer noch nicht kaputt. Das ist nicht zu glauben. Okay, die Dinger an die Seite stellen war eine blöde Idee. Das funktioniert nicht. Der bleibt jetzt hier stehen. So. Schön, alles tot. Alles down. Es ist mir ein Rätsel. Boah, wie soll man das denn machen? Bumm. Wir werden gehorchen. Das nennt ihr Wunden. Männer, kämpft weiter. Zeit uns zu rächen. Äh, Zwingsgepäden wäre voll. Gegenfahrzeuge effektiv. Ich brauche aber keine Gegenfahrzeuge. Ich brauche mal irgendwas anderes. Ich frage mich, euch helfen zu gehen. Habe ich hier nicht nur irgendwo so einen anderen gehabt? Ich frage mich, euch helfen zu gehen. Nö, offensichtlich nicht. Ja, hier Truppenlimit und so, habe ich hier eh nicht. Waffenspezialisierung. Ich brauche noch so einen Höllenhund. Ne, ich brauche jetzt mal so ein Ding. 150. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da mitkommen. Vielleicht haben wir damit mehr Chance. 150, habe ich gesagt, ne? Immer noch zwei Panzer. So eine Scheiße. Ach, ich habe da noch. Bombardement. So, zack. Da kommt doch schon geflogen. Der kleine Heli. Wo ist mein Käpt'n? Da ist mein Käpt'n. Und alle da rein. Genau. Sie kommen. Das schon blühen. Stellt euch der Macht des Imperators. Das schon blühen. Wo sind die verfluchten Verschiede sehr? Und Baller, komm. Jetzt will ich hier ein bisschen Wumms sehen. Hat das alles? Äh. 200 Anforderungen kostet. Da sind ja meine ganzen Einheiten hierhin. Scheiße. Äh. Ich bräuchte vielleicht mal einen neuen davon. Viel Spaß. Komm. Kini. Komm. Komm. ine.